Tanja von Lahnstein möchte dich wieder im Büro sprechen. Sie haben die E-Mail an den großen Verteiler geschickt. Das heißt, ich werde darauf reagieren müssen. Schreiben Sie eine Mail, dass das ein Irrtum war, dass das alles gar nicht stimmt und dass sich da jemand einen bösen Spaß erlaubt hat. Ja. Sie, ich muss mit dir reden. Jetzt nicht. Du bist dafür verantwortlich, dass mein Vater verschwunden ist. Du wirst mit mir reden. Alles Gute zum Geburtstag. Du musst ihn nicht vergessen. Natürlich nicht. Ich habe nichts vergessen. Keinen herzlichen Tag mit dir. Seit er wieder da ist, steht alles in Frage. Was mit uns ist, unsere Hochzeit, unsere Zukunft. Ich hänge in der Warteschleife. Und das... Das fühlt sich scheiße an.